Hallo liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen, sehr brisanten Sendung. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Rosa. Hallo Rosa, grüß dich. Hallo Peter, grüß dich. Schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Ja, es freut mich auch sehr, dass wir dieses brisante Thema zusammen erarbeiten. Also erstmal ein ganz großes Lob. Rosa hat hier eine Sendung von NTV hundertprozentig abgeschrieben, oder wie soll ich sagen, also das gesprochene Wort dieses Interviews, zu Papier gebracht. Und wir werden jetzt zusammen, und zwar die Rosa als Moderator und ich als Generalleutnant Bodemann. Und die Rosa übernimmt den Part der NTV-Moderatorin Tamara Bilic. Ja, und wir wollen da gar nicht lange Vorrede halten und gleich mit dem wirklich brisanten Text beginnen. So, liebe Zuschauer, dann legen wir jetzt los. Zuvor noch eine Frage an dich, Rosa. Du hast den Text ja einmal komplett lesen müssen, beziehungsweise ihn ja aufgeschrieben müssen. Was hat das so bei dir ausgelöst? Was hast du da so empfunden? Also ich war unfassbar schockiert. Ich war unfassbar wütend, weil diese Kriegsvorbereitungen schon so konkret sind und das Thema Frieden überhaupt keine Rolle spielt. Es wird nicht über irgendwelche Möglichkeiten der Diplomatie gesprochen oder wie können wir das noch abwenden, sondern es geht um Kriegsvorbereitungen. Und das fand ich extrem schlimm. Das ist auch das, was mich so schockiert hat, als ich die Sendung gesehen habe. Die Sendung ist vom 2.7.2024 und zwar gelaufen bei NTV. Dieser Operationsplan, den wir jetzt vorstellen, wir sprechen das sozusagen das gesamte Interview einmal nach, tritt in Kraft ab 2025. So, liebe Zuschauer, dann wollen wir mal anfangen. Und zwar liest ja die Rosa den Part der Tamara Bilic. Rosa, bitte. Generalleutnant Bodemann, Sie haben den Auftrag bekommen, einen Operationsplan Deutschland aufzustellen. Was genau ist das? Was verbirgt sich dahinter? Ja, guten Tag, Frau Bilic. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Der Operationsplan Deutschland ist ein sehr konkretes Papier. Im Gegensatz zu Rahmrecht, da muss ich eine Anmerkung machen. Wir wissen beide nicht, was Rahmrecht bedeutet oder ob wir das falsch verstanden haben eventuell. Weiter Zitat Bodemann. Wenn man eine Gesamtverteidigung, die sehr wichtig ist, aber auf der konzeptionellen Ebene ist, sagt der Operationsplan schon sehr deutlich, was zu tun ist, wer das tun soll und wie man es tut, wenn es erforderlich ist. Und zwar aus Ableitung der sicherheitspolitischen Lage. Was muss in Deutschland getan werden, um Deutschland zu schützen in Frieden, Krisen und Krieg? Wen betrifft das genau? Können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen? Also wen betrifft dieser Operationsplan Deutschland? Er betrifft uns alle. Der Operationsplan Deutschland, die Verteidigung Deutschlands, ist eine Aufgabe, die übergreifend ist als gesamtstaatlich wie gesamtgesellschaftlich. Also einem ganz konkreten Beispiel, Truppen der Amerikaner landen in Vlissingen in den Niederlanden, marschieren durch die Niederlande auf verschiedenen Wegen, über die Bahn, über Straßen, über Autobahn oder Luftverladung, über Flugplätze und da müssen sie auch durch Deutschland durch und sie müssen versorgt werden. Jeder von uns macht auf der Autobahn eine Rask. Das machen eben auch die amerikanischen Convoys. In diesem Fall nennen wir das Convoy Support Center. Und dort auf der Rast werden sie versorgt mit Betriebsstoffen, mit Verpflegung, mit Frischwasser und vielleicht auch mit Notwendigkeiten zu sanitätsdienstlicher Betreuung. Aber sie werden nicht versorgt von der Bundeswehr, sondern vom Zivilschutz, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es geht gar nicht um Soldaten, sondern es geht um alle möglichen Personen. Genau. Also da wäre natürlich sehr schön, wenn ich genügend Soldatinnen und Soldaten hätte, die genau diese Tätigkeit ausführen würden zur Unterstützung unserer alliierten Partner in Deutschland. Aber ich gehe davon aus, dass die westlichen Teile der Bundeswehr, die wesentlichen Teile der Bundeswehr, der aktive Teil der Bundeswehr sich dann entweder schon an der NATO-Ostflanke befindet oder auf dem Weg dorthin ist. Und das bedeutet, wir arbeiten mit dem Prinzip der maximalen zivilen Leistungserbringung. Wir bleiben wieder bei dem Beispiel des amerikanischen Convoys. Dieser wird dann eben nicht versorgt durch einen Betriebsstoff-Lkw der Bundeswehr, sondern durch den Betriebsstoff-Lkw eines namhaften Betriebsstoffunternehmens in Deutschland. Die Sanitätsversorgung würde nicht durch die Bundeswehr Sanitäter erfolgen, sondern durch Malteser, Joranita, durch das Deutsche Rote Kreuz. Und die Verpflegung kommt nicht von der Truppenküche der Bundeswehr, sondern durch einen zivilen Caterer, um Ihnen hier mal ein paar Beispiele zu nennen. Also Ihre Aufgabe bei der Aufstellung dieses Operationsplanes Deutschland war eigentlich, mit all diesen Akteuren zu sprechen und das jetzt in einem Plan zu vereinen. Ja, wir haben insgesamt jetzt eine erste Iteration dieses Plans fertiggestellt und haben sie vor Ostern dem Generalinspektor zur Billigung vorgelegt, der ihn auch gebilligt hat. Und der Plan tritt jetzt auch zum 01.01.2025 in Kraft. Und dort haben wir mit 150 Menschen innerhalb der Bundeswehr, aber auch außerhalb der Bundeswehr, mit allen Ressorts, mit allen Ländern, die Länder spielen eine wesentliche Rolle, aber auch zum Teil mit den Blaulichtorganisationen und auch mit der Wirtschaft gesprochen. Wir haben in diesem Jahr 100 Tage in geheimen Räumen verbracht, wo wir diesen Plan entwickelt haben und rausgekommen ist ein Paket von etwa 1000 Seiten. Das zeigt schon die Komplexität des Themas, wo wir einem ersten Entwurf niedergeschrieben haben, wie das funktionieren soll. Der Plan ist ja eigentlich geheim, aber dürfen Sie von diesen Seiten schon irgendwas verraten? Ja, vom Grundsatz her ist der Plan geheim. Wenn wir über konkrete Zahlenangaben sprechen, über konkrete Orte sprechen, über das, was wir tun, dann ist das alles geheim. Aber im Grundsatz geht es eben darum, die sogenannte Drehscheibe Deutschland zu bedienen, also die Scheibe Deutschlands als den zentralen Punkt, wo die alliierten Kräfte durchmarschieren müssen. Wir müssen nicht nur aber die alliierten Kräfte im sogenannten Host Nation Support unterstützen, mit dem gerade beschriebenen Frischwasser, Betriebsstoff und Versorgung, sondern es geht auch um den Schutz von kritischen und verteidigungswichtigen Infrastrukturen. Also ein tausendseitiger Plan, der den Zivilschutz beinhaltet. Wofür brauchen wir den eigentlich? Also wir befinden uns ja nicht im Krieg. Wir befinden uns nicht im Krieg, formal, juristisch, nicht als Deutschland. Das ist auch gut so. Aber wir befinden uns nach meiner Auffassung schon lange nicht mehr im Frieden, weil wir täglich angegriffen werden. Wir befinden uns in einer Phase dazwischen, nennen wir sie Grauzähzone, hybride Phase, wie auch immer. Gerade Hybrid passt ganz gut, weil wir insbesondere bedohrt werden, momentan schon durch hybride Angriffe. Ich nenne da immer vier verschiedene Dinge, die da passieren in Deutschland und zwar jetzt schon. Das eine ist natürlich Desinformation, Fake News, was wir täglich sehen, insbesondere natürlich in Social Medias. Das zweite sind Cyberangriffe, Cyberangriffe auf die Bundesregierung, auf große Unternehmen, Energieunternehmen. Und bei beiden ist es sehr wichtig zu attribuieren, wer greift uns da eigentlich an. Aber die Angriffe sind da, die Effekte sind da. Der Plan kümmert sich vor allen Dingen um die Effekte. Also wie wollen wir diesen Effekten begegnen? Weil am Ende ist es egal, ob uns ein Staat wie Russland oder China angreift, eine Terrororganisation oder organisierte Kriminalität. Wir haben diese Bedrohung und gegen die müssen wir uns schützen. Und hinzu kommen noch zwei weitere. Das ist Ausspähung und Spionage. Und das erleben wir leider täglich. Insbesondere über den Ausbildungsorten der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten haben wir Drohnensichtungen in den vergangenen Jahren erlebt, die exponentiell angestiegen sind, um herauszufinden, an was bilden wir aus und wie bilden wir aus. Und man versucht auch, Handydaten abzugreifen, um tatsächlich in der Ukraine zu sehen, wenn man in Deutschland dieses Handy anhatte bei der Ausbildung der Panzerhaubitze 2000 und man das gleiche Handy in der Ukraine wieder sieht, dann wird dieses Waffelsystem dort im Einsatz sein und man kann das bekämpfen. Und man sieht es auch an anderer Stelle, zum Beispiel in der Ostsee, wo sich ein russisches Spionaseschiff bewegt, was eigentlich nur zehn Tage für eine Passage benötigen würde, aber tatsächlich über 300 Tage in der Ostsee ist. Und wenn man das mal darüber legt, wo sich das Schiff aufgehalten hat, auch länger aufgehalten hat, dann sind es genau die kritischen Infrastrukturen in der See. Pipelines, Rohre, Leitungen etc. Und das spricht dafür. Und der vierte Bereich ist eben Sabotage. Nicht täglich, aber wir haben Sabotage in Deutschland. Denken Sie an Nord Stream 2. Denken Sie an die Bedrohung in den Pipelines der LNG-Terminals. Denken Sie an die Bahnstrecken, die teilweise angegriffen worden sind, das nicht immer natürlich ein Gewaltakt ist, sondern dann auch mal nur Diebstahl von Eisen oder Stahl oder was auch immer. Aber zum Teil auch eben mit klaren Richtungen, dass es eine Bedrohung ist, die von anderer Seite kommt. Und Sprengstoffhunde entlang der NATO-Pipeline oder US-Liegenschaften, wo man sich doch die Frage stellt, wer ist das, der dort das da vergräbt? Wenn Sie das jetzt so alles aufzählen, wundert es einen fast, dass wir so einen Operationsplan Deutschland bislang noch nicht gehabt haben. Oder gibt es einen Plan aus der Vergangenheit, den man jetzt vielleicht nicht mehr nutzen kann? Oder wie ist das? Zum einen haben wir geglaubt, über 25 Jahre lang, dass Deutschland umgeben ist von Freunden. Das Krieg in Europa illusorisch nie wieder stattfindet. Und das haben wir ja gemerkt, spätestens seit dem 24. Februar 2022, dass dem nicht so ist. Das ist eine, also der Krieg ist zurückgekommen und wir brauchen einen Plan. Und jetzt hätten wir gerne natürlich den Plan der 70er, 80er Jahre aus dem Ost-West-Konflikt wieder hervorgeholt, den es zum Teil auch noch gibt. Aber die Lage hat sich völlig verändert. Deutschland war seinerzeit Frontstaat. Das sind wir glücklicherweise heute nicht mehr, sondern eben ein Staat, in dem viele Marschbewegungen alliierter Kräfte stattfinden. Es gibt die Cyberbedrohungen, die Hybridbedrohungen. Es gibt Digitalisierung, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, die deutlich machen, so ein alter Plan kann nicht eins zu eins wieder übersetzt werden. Wir gucken schon in die Vergangenheit. Das eine oder andere können wir auch aus diesen alten Plänen herausziehen. Aber es ist doch eine völlig andere Lage. Generalleutnant Bodemann, wie sehen Sie denn momentan die Bedrohungslage, die von Russland ausgeht? Also wie bewerten Sie das? Es gibt sehr deutliche Bedrohung Russlands auf verschiedenen Ebenen. Über Desinformation, Fake News, Cyberangriffe, die man doch relativ eindeutig aus dieser Richtung deuten kann. Wir haben russische Konsulatsfahrzeuge, die sich an oder auf Truppenübungsplätzen bewegen. Also es gibt dort, wir sind dort im Sichtfeld. Und Russland konstruiert seine Streitkräfte. Wir rechnen damit, dass in fünf bis acht Jahren Russland seine Streitkräfte so wiederhergestellt hat, während des Krieges in der Ukraine, dass sie durchaus in der Lage sind, auch mit klassischen militärischen Mitteln das NATO-Bündnisgebiet anzugreifen. Und Russland hat viel in der Vergangenheit, Putin hat viel in der Vergangenheit angesprochen, was er tatsächlich dann auch umgesetzt hat. Und immerhin hat er gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Und dazu zählen eben auch die baltischen Staaten. Also gehen Sie von einer konkreten Bedrohungslage in ein paar Jahren aus. Also das halten Sie für ein realistisches Szenario? Die Bedrohungslage sehen wir jetzt schon. Durchaus wäre Russland jetzt schon in der Lage, das eine oder andere zu tun. Insbesondere ist Russland im Bereich der hybriden Bedrohung sehr stark unterwegs. Mit klassischen militärischen Mitteln sehe ich die Bedrohung in einigen Jahren sehr wohl konkret auf uns zukommen. Sie bauen ja jetzt die zivile Unterstützung aus. Wie wichtig ist die? Und vielleicht dazu auch noch die Frage, schafft die Bundeswehr das nicht alleine? Leider schaffen wir das nicht alleine. Und Gesamtverteidigung baut sich eben auf aus zwei Bereichen. Das eine ist der militärische Beitrag. Wie versuchen wir, diesen Staat zu schützen? Die Bürgerinnen und Bürger, Freiheit und Demokratie. Die territoriale Unversehrtheit unseres Staatsgebietes. Auf der anderen Seite gibt es eben den Zivilschutz. Dort ist eine ganze Menge auch zu tun im Bereich, wie schütze ich die Bevölkerung? Wie bereite ich die Bevölkerung vor auf eine Bedrohung? Wie schützt sie sich selbst? Beispielsweise, dass man sich auch so einen kleinen Vorrat zulegt, dass man auch mal mehrere Stunden ohne Strom auskommen kann. Was wir vor ein paar Jahren noch belächelt haben, ist heute leider Realität geworden, dass wir uns auf solche Szenarien vorbereiten müssen. Und die zivile Seite muss uns also unterstützen. So wie wir bei Artikel 35 im Rahmen der Amts- und Katastrophenhilfe bei Waldbrennen, bei Hochwasser oder der zivilen Seite geholfen, müssen wir unterstützt werden durch die zivile Seite im Fall einer militärischen Bedrohung Deutschlands. Wie ist denn da so die Bereitschaft? Also Sie haben das jetzt ja im Rahmen dieses Operationsplanes Deutschlands abgeklopft. Wie ist denn die Bereitschaft von der zivilen Seite, die Bundeswehr auch zu unterstützen? Also die Bereitschaft ist sehr, sehr groß. Das war sehr bemerkenswert. Ich hätte am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass wir so viel Zuspruch haben, die Blaulichtorganisation oder Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter und viele, viele andere kommen auf uns zu und sagen, was ist unser Beitrag? Was können wir tun? Und das sind nicht nur diese, das sind auch Sparkassenverbände, Reifeisenverbände. Es sind alle Bundesämter, zum Beispiel das Bundesamt für Mobilität und Logistik, die auf uns zukommen. Wir gehen auf die zu und schauen, welchen Beitrag diese einzelnen Bereiche leisten können, das ist sehr positiv. Wie stehen Sie denn zu dem Thema Wehrdienst beispielsweise? Also Boris Pistorius hat ja ein neues freiwilliges Wehrdienstmodell vorgeschlagen. Was sagen Sie dazu? Also würde das helfen? Würde das reichen? Oder wie stehen Sie dazu? Das Modell, was unser Minister vorangestellt hat, das soll ja nicht die Differenz zwischen 180.000 Zielgröße 203.000 Soldatinnen und Soldaten erfüllen, sondern er soll vor allem eine aufwuchsfähige, durchhaltefähige Armee erzeugen. Und dafür brauchen wir halt Reservistinnen und Reservisten. Insofern ist es gut, dass wir jetzt einen Ansatz haben, wo wir Menschen gewinnen, die sich vielleicht vorher noch nicht mit dem Militärdienst, mit der Bundeswehr auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, ich bin selbst ein gutes Beispiel dafür. Ich bin als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gekommen. Und wenn ich nicht hätte als Wehrpflichtiger in die Bundeswehr eintreten müssen, dann wäre ich vielleicht heute nicht hier. Ich habe erlebt, wie der Dienst ist. Ich habe tolle Vorgesetzte gehabt. Ich habe festgestellt, es ist ein sehr sinnstiftender, eine sehr sinnstiftende Aufgabe. Und ich glaube, über diesen Weg, den wir jetzt beschreiten, haben wir die Möglichkeit, Leute anzusprechen, die sich vorher darüber keine Gedanken gemacht haben. Und die können wir gewinnen. Und damit haben wir eine Chance, tatsächlich genau diese Aufwuchsfähigkeit durch mehr Reservistinnen, Reservisten und Heimatschutz zu erzeugen. Aber Zivilschutz und Heimatschutz braucht es trotzdem. Das braucht es trotzdem. Und es ist ja gut, dass sich in Deutschland auch viele Menschen engagieren für die unterschiedlichste Art und Weise. Und viele nur engagieren sich in mehreren Bereichen. Das ist genau die Herausforderung, dass viele Reservistinnen und Reservisten auch zeitgleich bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, beim Technischen Hilfswerk oder bei anderen Organisationen. Und wir haben alle auf diesen gleichen Pool der Menschen zurückgegriffen. Und insofern muss man sich ehrlich machen, wie viele Freiwillige Feuerwehr ist denn noch da, wenn die Reservistinnen und Reservisten eingezogen werden. Und deswegen bedarf es auch an dieser Stelle einer Stärkung. Im Übrigen auch finanziellen Stärkung, was auch der Zivilschutz weiter ausgebaut wird, weil wir können das nur gemeinsam tun, gesamtstaatlich und gesamtgesellschaftlich. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt wirklich schweres Geschütz in Richtung Ostflanke bringen müsste? Also würde das überhaupt funktionieren, wenn das nur die Bundeswehr alleine macht? Oder braucht es wirklich die zivile Unterstützung? Wir brauchen zivile Unterstützung. Das ist insbesondere die Deutsche Bahn. Da sind wir im sehr engen Austausch mit Deutsche Bahn Cargo, also auch mit Deutsche Bahn Sicherheit, weil am Ende wir als Militär natürlich auch priorisieren müssen, welcher Transport muss in welchem Fall als erster irgendwo hin. Das kann nicht die Bahn selber machen, sondern wir müssen die Vorgaben dazu geben. Und deshalb ist die Deutsche Bahn beispielsweise ein sehr, sehr wichtiger Partner. Es sind aber auch Transportunternehmen, zivile Transportunternehmen, weil es nicht genügend militärische Transportmittel gibt, um diese Massen an Soldaten und Soldatinnen und insbesondere an schweren Geräten durch Deutschland an die NATO-Ostflanke zu verbringen. Gleichsam arbeiten wir mit Roll-on-Roll-off Schiffen, wo halt nicht alles durch Deutschland über Bahnstrecken, über Autobahnen transportiert wird, sondern von einem Hafen in Deutschland dann eben in einem Hafen in Litauen, wie wir in einer Übung ja auch Beispiele praktiziert haben. Wir sprechen ja viel über NATO, das NATO-Bündnis. Jetzt sehen wir aber auch Tendenzen mit Trump, der vielleicht wieder Präsident wird in den USA. Wir sehen Le Pen in Frankreich. Muss man sich vielleicht ein bisschen freimachen von diesem Bündnisgedanken und wieder mehr auf die eigene Sicherheit in Deutschland schauen? Also, Verteidigung geht nur bündnisgemeinsam. Keine Nation außerhalb der USA ist in der Lage, das sicherzustellen. Hier müssen wir alle zusammenrücken und zusammenwirken und am Ende, egal welche Strömung was sagen, auf Deutschland innerhalb Europas als eine starke Nation kommt es nicht nur aufgrund der geostrategischen Lage an, sondern weil wir auch einen entsprechenden Stellenwert in Europa haben und alle schauen auf uns und die Amerikaner schauen natürlich auch jenseits Europas auf den indopazifischen Raum, auf China und insofern muss Deutschland aus meiner Sicht für Deutschland selbst als auch für Europa mehr tun. Und da sind wir gerade dabei und dazu trägt auch der Operationsplan Deutschland dabei. Es geht also nur zusammen, sagt Generalleutnant Brudemann vom territorialen Führungskommando der Bundeswehr. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke. Vielen Dank, Frau Billitsch. So, liebe Zuschauer, soweit das Interview zwischen der NTV-Moderatorin Tamara Billitsch und dem Generalleutnant der Bundeswehr, Herrn Brudemann. Wir haben extra die M's und M und sonst welche Stattereien mit in den Texte reingenommen, um das möglichst identisch zu machen. Ich denke mal, dass das der Sache irgendwie dienlich ist. Und ich hoffe, wir haben euch das einigermaßen plastisch rüberbringen können, was dieser Text tatsächlich für eine Riesenbrisanz beinhaltet. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Rosa für ihre, ja, war ja nicht wenig Arbeit, das einmal alles mitzuschreiben, was die beiden da verzapft haben. Liebe Zuschauer, wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, gebt ihm einen Daumen für dieses Video, kommentiert dieses Video, abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Macht's gut.